Hallo und herzlich willkommen zu den Radio 1 Filmen dieser Woche. Los geht es heute mit einem Biopic über die unvergessene Judy Garland. Judy mit René Selweger. Ich kann nicht. Was? Nein, 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 nein. Was meinen Sie damit? Das Publikum wartet da draußen darauf, dass Sie singen. Mein Gott. Nein, nein, nein. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich kann nicht. Sie schaffen das. Und los geht's. Judy Garland war schon als Kind ein Superstar. Durch den Zauberer von Oz wurde sie endgültig zum Mythos. In diesem Film lernen wir sie kennen. Am Ende ihres Lebens ausgebrannt, tablettensüchtig und überhäuft mit Schulden. Sie versucht diesen Schuldenberg abzuarbeiten, indem sie in London mehrere Konzerte gibt. Und es spricht sich schnell herum, dass das sehr besondere Auftritte sind. Das kann ganz ergreifend werden oder auch total chaotisch. Der Film schneidet immer wieder zurück in ihre schwierige Kindheit. Da sehen wir, wie sie mit Tabletten abgefüllt wurde, welcher Druck ausgeübt wurde auf sie. Und wir begreifen natürlich sehr schnell, dass das, was sie damals als Kind erlebte, eine Auswirkung hat auf die Erwachsene. Das ist ziemlich konventionell und vorhersehbar. Es ist auch so inszeniert. Allerdings lebt der Film vom mitreißenden Spiel von René Selviger, die dieser Figur sehr viel Wärme und Liebe schenkt. Und vor allem eine ganz wunderbare Selbstironie. Und ich denke, damit wird René Selviger auch zu einer Favoritin für den Oscar, den Judy Garland übrigens auch bekam. Allerdings gab es damals noch den Mini-Oscar. Eine wirklich kleinere Figur für Kinder und Jugendliche wird heute nicht mehr verlieben. Für René Selviger als Judy gibt es drei Rollen. Wir wollten nicht nur mit Miles Davis spielen, sondern wir wollten mit Miles Davis sein. Noch ein Musikerporträt, diesmal ein bemerkenswerter Dokumentarfilm. Der Regisseur Stanley Nelson, lebenslang fasziniert von Miles Davis, konnte in Archiven Material sichten und verwenden, das noch niemals gezeigt wurde. Er sprach mit wichtigen Kollegen dieser Jazz-Ikone. Er sprach mit Carlos Santana oder Quincy Jones. Und so rundet sich das Bild eines Mannes, der eine geniale musikalische Begabung hatte, der ein durchaus schwieriger Mensch war. Ein Mann, der, obwohl er international so gefeiert wurde, tatsächlich eine Ikone der Jazzmusik war, trotzdem auch litt unter den täglichen Erfahrungen des Rassismus. Ein sehr widersprüchliches Porträt, ein sehr aufrichtiges Porträt, das aber vor allem zeigt, wie dieser Mann sein ganzes Leben lang suchte nach dem reinen, dem wahrhaftigen, dem großartigen musikalischen Ausdruck. Für dieses bemerkenswerte Porträt gibt es vier Rollen. Es ist unsere Schuld, wir haben die Bataille verloren. Sie wissen nicht, außer den Soldaten zu sprechen. Die Soldaten wollen sich gegen die Krieg, gegen die Krieg, gegen die Kraft. Der, der sagt, ist der letzte des Menschen. Und noch eine Art Biopic habe ich für Sie. Diesmal ist es das Leben der Jeanne d'Arc. Der erste Teil dieser neuen Verfilmung ihres Lebens von Bruno Dumont läuft er bereits im Kino. Jetzt kommt der zweite Film, also nach der Kindheit, jetzt die Jugend. Nach wie vor ist es eine sehr, sehr junge Jeanne d'Arc, die wir da sehen. Ganz anders als in all den anderen Verfilmungen, die wir so kennen, die ja meistens junge Frauen zeigen. Hier ist es ein Kind, das ganz fest glaubt an seine Überzeugung, an seine große Mission für die Nation. Basiert auf einem Theaterstück aus dem Jahre 1910. Und diese Herkunft vom Theater ist in dem Film immer spürbar. Das sind ganz bewusste theatralische Inszenierungen. Wir haben auf der einen Seite dieses Kind mit seinem realistisch aufgefassten Leben. Auf der anderen Seite ist es eine popkulturelle Fantasie. Aber das Großartige an diesem Film von Bruno Dumont ist, hier wird nicht ganz einfach modernisiert, sondern es bleibt immer klar, das ist im buchstäblichen Sinne ein Kind seiner Zeit. Für dieses eindrucksvolle Werk über ein Kind, das mit seiner Naivität, mit seiner Überzeugungskraft exklusiv die Machtstrukturen des Mittelalters in die Luftjagd, gibt es vier Rollen. Und dies war es auch schon wieder mit den Radio 1 Filmen der Woche. Noch mehr Kino gibt es jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.